Im nachfolgenden Video hören Sie einen vom Deutschen Bundestag veröffentlichten Text mit dem Titel Regierung will verstärkt gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen. Um besser gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen zu können, haben CDU, CSU und SPD einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der am Freitag, den 19. Mai 2017, ab 10.05 Uhr eine Stunde lang in erster Lesung behandelt wird. Der Entwurf für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll im Anschluss zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen werden. Ebenfalls beraten und in den Rechtsausschuss überwiesen werden, soll ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der verbindliche Verfahren zur Meldung und Beseitigung rechtswidriger Inhalte im Internet fordert. Bußgelder gegen Unternehmen Mit dem Regierungsentwurf sollen gesetzliche Compliance-Regeln für soziale Netzwerke eingeführt werden um die sozialen Netzwerke zu einer zügigeren und umfassenderen Bearbeitung von Beschwerden über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte anzuhalten. Vorgesehen sind der Vorlage nach eine gesetzliche Berichtspflicht für soziale Netzwerke über den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten, ein wirksames Beschwerdemanagement sowie die Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten. Verstöße gegen diese Pflichten sollen mit Bußgeldern gegen das Unternehmen und die Aufsichtspflichtigen geahndet werden. Außerdem soll es Opfern von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz ermöglicht werden, aufgrund gerichtlicher Anordnung die Bestandsdaten der Verletzer von den Dienstanbietern zu erhalten. Grüne fordern effektive Sanktionen Die Grünen verlangen in ihrem Antrag Maßnahmen gegen Hasskommentare, Fake News und Missbrauch von Social Bots. In einem Gesetz solle für Dienstanbieter von Telemedien ab einer festzulegenden Größenordnung ein strukturiertes Verfahren zum Umgang mit rechtswidrigen Informationen vorgeschrieben werden. Dabei sollten sie auch zu Maßnahmen zur Gewährleistung effektiver Strafverfolgung und Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche verpflichtet werden. Auch müssten die Dienstanbieter dafür sorgen, dass Social Bots, also Computerprogramme, die menschliche Kommunikation vortäuschen, als solche erkannt werden oder ihr missbräuchlicher Einsatz abgestellt werden kann. Bei Verstößen gegen diese Verpflichtungen sollen effektive Sanktionen verhängt werden, verlangen die Grünen. Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Tag.